Hallo Leute, Willkommen zu Skyfactory Alles klar, beste Arnmod Yo Leute, was geht? Herzlich Willkommen zurück bei Skyfactory 2 Alles klar, wisst ihr Bescheid? Ja, wisst ihr Bescheid? Okin und Timon sind dabei Ich denke mal, das wird einfach nur Skyfactory 2 reloaded Um ehrlich zu sein, ist es eher nur so, dass ich dabei bin Also Okin und Timon macht das Projekt und ich bin einfach dabei Er ist dabei, sich zu verlieren Und ich hoffe euch gefällt das, Daumen hoch Das habe ich bis jetzt noch nie in einem Video gemacht Timon, aber wir müssen auch später auch den Wettergott anbeten Den Wettergott Neptun Naja Nicht Napoleon Ne, Neptun So hast du ihn getauft Jaja Aber ich meine neue Session, neuer Name oder? Ne Ok Keine Schuhe, kein Shirt, keine Bedienung Sag ich dazu nur Ich baue auf der anderen Seite Ich baue auf der anderen Seite auch schon mal wieder so einen Baum, okay? Ja Komm Wachs Los Warte nicht drüber, warum wir schon angefangen haben Ähm, der Okin hat's Play nach der Sicht, dass die Aufnahmen erst später gestartet werden Eigentlich war die schon voll im Gange Ja, bei mir Nur ich habe keine Tonspur Ganges Am Ende des Ganges Toiletten am Ende des Ganges, oder was? Ja Ja, ja, richtig Wenn ich jetzt runterfalle, ne? Ich sehe denn nicht anders als sonst, um ehrlich zu Geh weg Haben wir noch Holz Ok, mit der Aufnahme Ich mache gerade Sie Mann, haben wir noch Holz? Du musst dir gleich mal so helfen, dass ich meine Aufnahme so konfigur... Ich brauche gleich mal Hilfe von dir für OBS, ne? Ich habe das so, als ich das letzte Mal ein bisschen konfiguriert habe an OBS Ähm, es ist so, dass wenn ich aufnehme, es immer extrem anfängt zu laggen Alles klar Warte, nicht abbauen, nicht abbauen Hast du FPS runtergeschraubt, oder was? Dieser Baum jetzt nicht ab... Ja, ich habe den infiziert Mit... Sowas... Mit AIDS? Ah, lustig Hast du ihn infiziert? Verstehe Ist der Baum jetzt positiv? Ja Für dich gut Ja, Baum Mein Baum ist gewachsen Ich bin fast so groß wie andere Sachen Alles klar Boah, dieser Junge manchmal Nicht nur manchmal Immer Also Bei 100 Daumen hoch Ist dieser Junge nächstes Mal nicht mehr dabei Alles klar Also Drückt bitte Drückt Nicht Gucken sich das jetzt aufm Klo an Drückt bitte Drückt Timon Du hast denen geholfen Alles klar Sagen wir's so Aber Bei 1000 Daumen hoch Hoch, ja Mach ich's alleine weiter hier Bei 1000? Okay 1000 Daumen hoch 1000 Tausend Da Musik unterblenden, ja So, LG Musik Ja Okay Bin ich jetzt eigentlich infiziert, Timon? Ja Du bist auch positiv Nicht Nicht abbauen, Danny Nicht abbauen Nein, Digga Geh weg Nicht abbauen hier Warum nicht? Ja, weil Hä, was ist das? Mann, das ist meine Tassen Ich werde rutsch Ja, ernst Nicht abbauen Bau nicht weiter Das hab ich extra infiziert hier Da brauchst du ihn auch nicht wieder aufbauen Mann, ey Hast du mich gerade gehauen? Nein Das will ich niemals tun Nein, natürlich Ich Ihr beide, ihr Ihr beide müsst doch am besten Dass ich's euch niemals hauen würde Hä, dieses Meine Maus Ich würde dir Das ist meine Maus Hier und ich spackt Auf einmal habt ihr irgendwelche Scheiße So brennt euch hin, ey Ja, genau Ja, genau Außer Nein, keine Schleichwerbung Nein, keine Schleichwerbung Keine Schleichwerbung Das ist keine Schleichwerbung Ich werde das rauspiepen, ne Ich werde das so rauspiepen Ich werde das so rauspiepen Schreib mir mal die Dinge jetzt auf Sechs Minuten Alles klar Was machst du da? Ja, aber ich wollte nur sagen Ich wollte nur sagen, das ist jetzt so, aber das gleich geht Ich habe Probleme mit dem Abbauen Beziehungsweise Aufbauen Hä, was macht Alles klar, Nandi ist nächste Folge schon nicht mehr dabei Ich mach mal symmetrisch hier, ne So, ich bin wieder da Ich muss alles schon Ich muss alles Du warst weg Warum hast du den Baum davon? Ja Weil wir dann String und so bekommen Für Wolle oder so Ja, den habe ich Und für Und für Dingens Fürs Sieb Dann bekommen wir auch Steine Weißt du, wie der Baum infiziert wurde? Du hast dein Blut dran gerieben Ich wills nicht wissen, ok? Ich wills einfach nicht wissen Der Baum hat dich gesehen Geh weg Geh weg, Timon Geh weg, wenn ich an der Kante stehe Kommst mir nicht so nah Timon, hast du gehört? Nein heißt nein Meins, nein Du bist ein Vollbogu, alter 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 ist gerade voll die Holzverschwendung Und warum? Alter hast du gerade den Setzling Das sollte nur ein Crank sein Das ist ein Crank Ich seh den da so Äh, ja, Yolo Ich hab ne Raupe oder so Guck mal hier drauf auf Ja Musste auf Blätter drauf tun Die kannst du braten Nee, musst du braten und essen Warte, kann man die essen? Ja, die kann man essen Dann zum hier essen Ja, die muss aber erst kochen Und du musst Asiate sein Äh, was? Keine rassistischen Inhalte hier, bitte Timon, warum platzierst du immer da, wo ich platzier? Ja genau, Timon, was soll'n das? Scheiße Ey Ey Ey, was ist das? Nice War auf mich anzufassen Junge, fasst euch nicht an Fasst dich, Anoki Niemand wird hier angefasst, haben wir uns verstanden? Niemand Timon, hast du noch Holz? Ich? Ich habe noch 2-3 Slabs Ja, ich brauche aber keine Slabs Denke ich, die kannst du zusammencraften Man darf Timons heiligen Baum ja nicht fällen Ja, warum sollte man den auch fällen? Das ist ja auch mein heiliger Baum Weil ja Timon gehört, deshalb sollte man ihn fällen Alles klar Timon, das würde ich persönlich nehmen, ne? Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal darum, dass wir einen Kabblestone-Generator haben Timon, ich brauche aber Holz Und ich muss hier erstmal raus, toll Lass den nicht nehmen Oder hast du ihn schon infiziert? Nee Timon, kannst du bitte nochmal deine Anmoderation machen? Timon Was ist infiziert? Ah, du hast den Baum noch nicht infiziert, okay Nee, nee, habe ich nicht Was soll ich machen? Du musst nochmal deine Anmoderation machen Timon, ich brauche aber noch ein bisschen Holz Jetzt? Ja Ich? Ich? Nein Danny Nein, ich will ja auch nicht selber eine Anmoderation machen Doch, mach du mal eine Anmoderation, ist doch viel besser Alter, was war das? Mute dich kurz Mute dich kurz, erklär kurz das Modpack und sonst was Was es so alles gibt Ich hab ne Wizzabossleiste Warum hab ich ne Wizzabossleiste? Okay, jetzt ist sie weg, ich bin Wegen mir, ich bin Wizzab Hehehe Use a crook on leaves to get saplings and a silkworm Haben wir Make dirt, haben wir gemacht Infist leaves with a silkworm Du hast schon Strings bekommen, naja Craft a thief, okay Hab ich auch schon Jetzt müssen wir nur noch rainwater From a barrel Buh Buh Niko Guck mal in die Kiste ran Sekunde Stell mal hier hinten ne Barrel auf Die was Wasser oder so Ja was ist da Guck mal in die Kiste Geil Guck mal in die Kiste Habe ich gemacht Okay, Craft Cobblestone Haben wir Minecraft Sky Factory? Yes. Da ist der Okie. Servus. Wär mal Minecraft schmiert wieder ab, ne? Wär irgendwie witzig. Niko mach mal deinen noch nicht, dann infizier ich zwei Bäume, dann haben wir drei Sieves, dann kann an jedem einer immer arbeiten. Ich brauch aber Holz, das ist das Problem. Ja, dann bau die untersten drei ab. Ich wech jetzt mal kurz zu meiner anderen Tastatur, die etwas leiser ist gewechselt. Schon zu spät. Alles klar. Simon ist schon zu spät, tut mir leid. So, ich hab mal zu der Tastatur, die etwas leiser ist gewechselt. Okay. Für die Aufnahme dachte ich, das wäre dann halt ein bisschen infizierter, obwohl ich jetzt eigentlich mit dem Mikrofon... Nimm doch mit deiner Handykamera auf. Timon? Ja? Schon zu spät, tut mir leid. Timon, ich bin nicht mehr auf dem Niveau. Der Baum wäre richtig nice gewesen, ganz ehrlich. Ja, dann nehmen wir halt den nächsten. Mein Baum will nicht erwachsen werden. Ich mach irgendwas falsch. Du willst ja auch nicht erwachsen werden. Oh, shit. Der ist erwachsen, lass den mal infizieren jetzt. Ich hab dich schon infiziert. Okay. Digga, warum musst du den mal anfassen? Du bist ja nicht... Dein Baum weg zum dritten Mal. Timon, du hast irgendwann falsch. Du hast das verleert. Du hast das irgendwie verleert. Beide. Okay, sind alle drei. Der ist schon infiziert gewesen. Ja, ist egal. Dann breitet sich das halt schneller aus. Kannst du mal aufhören zu schlagen, oder? Könnt ihr halt mal aufhören zu schlagen. Helf mal eben kurz hier mit. Ja, so ist das geil. Ja, geil, 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 geil. Hi Freunde. Hilf auch mit. Ja, mach ich. Nein, ich glaub nicht. Hier, beide Störte. Ich hab infiziert. Was? Ist infiziert. Hör auf. Oh, okay. Ach nein. Sind jetzt alle infiziert. Alles klar. Okay. Timon? Hm? Wie funktioniert das jetzt mit den Teilen hier? Ja, du siehst das ja. Hier, guck mal. Wenn du drauf guckst, dann steht da unten Composting 50% bei denen. Ah. Und wenn das bei 100% ist, ist der ein Erdblock drin. Nein, ist hier wahr. Und kein... Kannst daraus auch noch... Ähm... Hier, sag schon, wie heißt das? Kies. Mit... Nein, nein, nicht mit... Nicht... Äh... Gib dir so'n Hammer. Den kannst du durchhauen. Durch das Sieb. Nein, halt... Äh... Du kannst die... Packst die Erde in den Sieb. Genau. Also du packst Erde in dein Sieb, dann bekommst du Stein. Stein kannst du mit nem Hammer zu Gravel machen. Gravel zu Sand. Und Sand zu... Äh... Keine Ahnung wie das heißt. Ja, das. Genau. Und mit Wasser und das, also hier drin in den Barrels wieder, kannst du ähm... noch... Clay. Clay, genau. Soll ich mal ein paar Steine machen? Aber du würd ich was machen. Ja, mach ruhig. Wir brauchen erstmal eh keine Erde. Da können halt auch immer mehrere mit drauf... Ich hab zum Beispiel jetzt noch ein... Rubber-Tree-Seat bekommen. Was gar nicht schlecht ist. Boah, weißt du noch den Hardcore-Rubber-Tree? Fuck shit. Ich mach die hier noch auf, schnell. Ach guck mal. Der ist noch ein bisschen größer. Die Scheiße. Ja, oh Gott. Alter, den Blendenwind nicht noch einmal. Das hat einfach... die ganze... die ganze Zeit mal zum Lack gebracht. Hm. Die Scheiße. Weißt du noch? Ich hab ja auf einer Singleplayer-Map nochmal... was ähnliches probiert, ne? Ey, du hast dann noch den größeren gespawnt. Hm. Ich wär da fast in das Loch reingelaufen. Okay. Ja, das wär doch mein Plan. Ey, baust du noch mehr? Meinst du nicht, das reicht erstmal? Das reicht ja jetzt auch. Ähm... Ah, muss ja ganz mal. Stimm los. Ähm, Timon. Hm. Was? Hier find's denn? Ich kann einfach alles so anklicken. Ja, wir klicken aber erst... Wir klicken nur an, was wir geschafft haben. Ich würde... Es fängt einfach nicht an zu regnen, da. Hm. Es lädt schon wieder los wie damals, ne? Oh, bitte nicht. Neptun. Neptun, bitte. Wasser, danke. Okay. Ey, der eine Baum ist gleich durch. Also, Leute. Hab doch, ich versuch mal was den Leuten zu erklären. Also, Leute. Die beiden. Hier Timon und Gehen. Die hatten damals Sky Factory 2 auch schon mal gemacht. Ähm, das hab ich mir auch angeguckt. Und ich pack euch Link der Playlist einfach mal unten in die Videoschreibung rein. Damit ihr auch versteht, was die mit damals meinen. Schaut euch das an. Damals, ey. Genau. Guckt euch alles mal an. Da seid ihr in zwei, drei Tagen durch. Ja. Ja, so ungefähr. Also, ihr pausiert es euch. Ihr pausiert jetzt dieses Video. Guckt euch alle Folgen an. Und dann guckt ihr euch hier weiter. Haha. In der Zeit. Na ja, eigentlich passiert das ja ein bisschen. Das basiert ja aufeinander da irgendwie ein bisschen. Ihr fehlt irgendwie noch Erde, ne? Ja, soll ich mir erstmal sicher jetzt selber einen Block umtrauten? Ich werde jetzt keiner reingestellt. Okay, dann halt nicht. Erde. Erde. Ich erstelle ein bisschen Erde. Aber tu nicht alle Setzlinger irgendwie zu verbrasseln. Nee, das wär scheiße. Ich nehm nicht alle. Wir brauchen mindestens einen. Besser wären fünf. Noch größer. Also mindestens einen. Tu mal noch größer? Warum denn noch größer? Thema bin ich noch größer. Na, wir bauen doch sowieso noch größer. Ja, später. Aber doch noch nicht jetzt. Ich wollte... Ja, okay. Lass doch hier schon mal dann den Weg zur Monster Farm oder sowas hinbauen oder so. Ja, okay. Ist ja dann das erste... Ja, okay. Nein, nehm der Akade. Hä? Hilfe. Ich glaub einfach weiter. Ich glaub einfach immer weiter. Hä, ich kann Shift drücken, aber der läuft einfach... Die W-Tasse funktioniert nicht. Ähm... Hä, bei mir... Bei mir stehst du einfach vorm Abgrund. Ja, aber ich Shift drück damit das nicht, aber er läuft immer durchgehend weiter. Ich... Dann drück mal W. Ich... Habe ich... Okay, jetzt... Jetzt geht's wieder. Puh. Das wäre jetzt ein bisschen komisch gewesen. Darf ich dich schützen? Der hier ist fertig, oder? Warte. Sieht so aus. Hä, die sind alle fertig, oder nicht? Ja. Ne, noch nicht alle. Hm. Der hier schon, der ganz hinten hier. Ups. Ja, können wir auch. Muss man das jetzt einfach abbauen, oder was? Mit einer Crook? Ich kann keinen Wein meiner nutzen, weil ich zu hungrig bin. Alles klar. Stimmt, man braucht Essen dafür, ne? Wir brauchen erstmal einen Ofen. Um Crucible zu bauen. Ja. Mit der Crucible können wir Lava herstellen. Mit der Dalek Crucible, oder was? Ja. Hey. Hey. Gib mal all euer String, bitte. Ich kann hier meinen String. Okay. Tangagi. Was? Der ist in der Kiste. Hier. 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 Da haben wir noch 47 String. Ja, ich habe auch noch mal 48. Boah, jetzt haben wir wirklich nur ein Setzling. Leute, ich bin mal kurz weg. Unterhaltet die Zuschauer bei mir bitte mal ganz kurz. Das wäre top für so einen Profi-Youtube. Ja, ne? Richtig top. So. Hey Leute. Für den Streck de-abonnieren und mich abonnieren, ne? Genau. Für besseren Content auch so. Hey, Begrüitz. Hört nicht auf, das sowieso. denn die zur not kannst du dir auch mal das buch materials and you volume 1 durchlesen da stehen auch alle rezepte und so drin wie du was bekommst wir brauchen setzlänge ich habe keine genommen alter wer hat die ganzen äpfel gefressen habe ich auch nicht genommen dann ist weg wenn er die jetzt kompostiert hat dann schubst du die äpfel kompostiert die äpfel in die barrel reingetan nein natürlich nicht habe ich nicht habe ich nicht ich hatte die äpfel gegessen dein ernst die was dagegen gesagt dein ernst ist er einfach die scheiß äpfel ne das kann ich jetzt gerade irgendwie nicht nachvollziehen was warum du die einfach gegessen hast weil ich hunger hatte ja schön wir haben alle wir haben alle schon keine hungerkeule mehr muss halt warten bis wir essen haben ne ich will aber profi youtuber wie ihr es ausdrückt hey du stehst in meinem baum und jetzt ist es deiner ne ich gebe jetzt so umdrehen ich habe einfach 7 raupen ja kann man machen die kann man später nämlich essen wenn wir genug steine haben wie kann man die essen die musste erst kochen ne ich pack dich mal bitte nicht fest so leute da unten irgendwo ich gucke ob ich sie sehen kann ja da unten sind grad steiner ich hoffe es ok die bis zur nächsten folge abbaut die bleiben da ne irgendwann können wir fliegen ist so kannst ja auch fliegen dann später dann können wir uns unsere damaligen items angucken das finde ich voll interessant ja ich weiß ihr seid übertriebene babbos ich habe gesehen wo du diese convites zu ihm gebracht hast weil du ihm gelandet hast du hast du du musst die letzten drei folgen noch hochladen die musst du alle nachstellen mit ihm jetzt wir stellen die folgen nach ok oh ja guck ich kann fliegen oh meine neue rüstung guck mal timon oh ja geil digga damit habe ich god mode das ist ja flügel ja ich bin cool ich denke mal das war es jetzt erstmal für die erste folge genau ja das war es bei mir auch dann bedanke ich dich fürs zuschauen genau ich weiß auch nicht ob ich die folgen überhaupt hochlage ja ich hoffe man sieht ich will hoffen dass ich es irgendwie hinbekommen die tage zumindest render und dann irgendwann am wochenende fange ich dann an die hochzuladen müssen wir dann den tag ausmachen jo machen wir dann ne nico ja machen wir timon nein das müssen wir halt gemeinsam ausmachen nein ich bestimme das aber ja aber das muss ich jetzt erzählen ja ich möchte ich möchte dass ihr beide meine stimme bitte rausschneidet ne ne geht nicht zu drängen ok ja dann haut da rennen bis zum nächsten mal auf wieder gesehn tschüss mit tschüss